Sortiert die Karten in einzelne Stapel. Sucht euch jeder zwei Figuren von die Eiskönigin aus. Dreht zum Spielstart eine Startkarte um. Und lasst viel Platz um sie herum. Nimm die oberste Karte. Versuch, ganze Eiskristalle zusammenzusetzen, die den Farben deiner Figuren von die Eiskönigin entsprechen. Die Eiskristalle müssen auf allen Seiten passen. Wie hier. Du musst bei jedem Zug einen Eiskristall zusammensetzen. Auch wenn das bedeutet, dass du einen Eiskristall für jemand anderen zusammensetzt. Sage immer Danke dir, wenn jemand einen Eiskristall für dich zusammensetzt. Kannst du nirgendwo ausspielen? Nimm deine Eiskristallkarte aus dem Spiel. Zählt der Reihe nach die Eiskristalle jeder Figur von der Eiskönigin zusammen. Es gibt einen Punkt für einen ganzen Eiskristall. Wenn das Eisschloss auf einem der Stücke ist, gibt es zwei Punkte. Wenn es auf zwei Stücken ist, gibt es zweimal zwei Punkte. Also vier Punkte für einen Eiskristall. Addiere die Punkte deiner Figuren von der Eiskönigin zusammen. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Eiskristallautomся. EP7E